Hallöchen Leute und herzlich Willkommen zurück bei Stranded D! Wir bauen jetzt endlich mal unsere Hütte Und ähm, da das ganz viel Gehagge wird Habe ich mir mal überlegt, dass wir Einfach nur faseln, ich meine man faselt ja sonst immer Aber sonst faselt man sowas wie äh Ich habe jetzt vor das zu bauen Jetzt gehe ich zu der Insel und dann lege ich mir da Einen Spare hin und ich finde es lustig Dass ich mich immer mit meinem Charakter bewege, wenn ich mich unterhalte Und dann würde ich das gerne machen Ähm, ich habe mich vorhin auf YouTube Umgeguckt, ich habe mir ein Video angeguckt Von einem YouTuber, den ich sehr gerne mag Namens Behind Und der hat ein Video gemacht Beziehungsweise kam in seinem Video ein anderes Video vor Ähm, in dem Es um einen Kanal geht, um eine Videoreihe Ich sollte ja schon mal anfangen zu hacken Ähm, der Sagen wir mal Personen aus gewissen Berufsgruppen eine Frage stellt Und unter anderem Dann war da auch ein Lehrer Also das ist im Moment was Was Shitstorm Was Shitstorm angeht Ist das jetzt der heiße Scheiß, den ich euch jetzt erzähle Ich werde auch nicht immer auf Escape klicken und so Um hier raus zu gehen, das mache ich alles nicht Das ist mir jetzt alles wie zu auf Wenn ich wirklich fasel Auf jeden Fall ähm Wurde da in einer Folge dann einem Lehrer Einem Lehrer eine Frage gestellt Und die Frage war Was finden sie denn im Moment schlimmer Ich hoffe, ich nenne die Frage auch richtig Was finden sie denn im Moment schlimmer Auf deutschen Schulhöfen oder irgendwie so Ähm, Drogen oder Klappmesser Und ähm, seine Antwort war dann Und das ist jetzt der, der Knaller Seine Antwort war Videospiele Also nix Drogen, nix Klappmesser Nein, Videospiele sind die Probleme Nummer eins Aber das ähm, sollte man nicht verstehen lassen Denn danach sagt er auch Videospiele sorgen unter anderem dafür Weil Eltern Ähm, nicht genügend Acht auf ihre Kinder geben Und das ist ein sehr wichtiger Part davon Ähm, dass Kinder Verschlafen in die Schule gehen Dass Kinder sich nicht um ihren Shit kümmern Dass Kinder sich nicht um die Dinge kümmern Um die sich Kinder halt zu kümmern sollten, ne Schule, 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 Schule Und vor allen Dingen, dass Kinder, ähm Nicht mehr nach draußen gehen Dass Kinder die Abenteuer nur noch vom Bildschirm erleben Und äh, sich draußen gerne Hütten bauen Sondern die Hütte lieber so, ne In dem Videospiel bauen und so weiter und so fort Ähm, da hat er ja auch recht, okay Also man, natürlich legt man einen Teil von dem Was man sonst draußen gemacht hätte Verlegt man das ein bisschen auf diese Spiele Und er lebt im Spiel seiner Abenteuer Das, im begrenzten Maße ist das dann noch gut Ich mein, wenn ich mich jetzt wie Lara Croft auf eine Insel begebe Dann bin ich innerhalb von 10 Minuten död Da sollte der Lehrer ganz happy sein Dass ich das, äh, lieber mit der Lara mach Als mit mir Sonst gibt's nämlich bald keine Schüler mehr Wenn die das alle so machen würden Aber egal, auf jeden Fall das, was er meint Ähm, und Behind hat auch gesagt, okay Nachdem ganz viele gesagt haben, komm Mach doch, misch da auch mal damit Ähm, hat er gesagt, okay Aber irgendwo hat der Lehrer ja auch recht Und ich finde, ja, ein bisschen Also zu 5% vielleicht Und zwar in einem Punkt Aber da sich meiner Meinung nach Hat er sich da irgendwie blöd ausgedrückt Er erwähnt einmal ganz kurz etwas von Ja, wenn Lehrer denn nicht auf ihre Kinder achten Sowieso Und das ist eigentlich das Hauptproblem Man kann nicht sagen, die Killerspiele sind, äh, Satans Werk Ach, nicht mal Killerspiele, die er da gar nicht erwähnt Sondern Videospiele allgemein Satans Werk Und ziehen die ganzen Kiddos an Und dann gehen die Kiddos nicht mehr in die Schule und sowieso Und ich hab da darunter natürlich erstmal Einen freshen Kommentar da gelassen Unter dem Video von dem Lehrer Beziehungsweise von dem Kanal Ähm, und da hab ich auch hingeschrieben Warum muss man denn alles immer Unbedingt auf Videospiele begrenzen Auf dieses Medium Videospiel Im Moment scheint mir das als Feindbild Aber schon immer Ja, äh, Amokläufer in Amerika Videospieler Oh, wir haben das Problem Warum sind Videospiele immer das 1a-Feindbild? Auch Platon hat schon vor Hunderten von Jahren gesagt Ach ja, die Jugend von heute Ähm, ich meine, okay Kinder bleiben bis 3 Uhr morgens wach Um Call of Duty zu spielen Und gehen dann zu spät in die Schule Aber was ist denn mit den Kindern, die Weiß ich, bis 3 Uhr morgens wach bleiben Weil sie im Moment über Tooterhafen hingucken wollen Oder so Oder Kinder, die, äh Grad total fresh sind auf Stephen King Und sich da den ganzen Roman durch Durchlesen wollen Das ist dann, äh, natürlich kein Problem Nein, die Videospiele sind es Oder Kinder, die mitten in der Nacht lieber rausgehen Um mit ihrer Gang Ähm Sich irgendein pinkes Zeug rein zu pfeifen Und durch die Nase zu ziehen Aber natürlich sind es die Videospiele Also Videospiele ist vielleicht ein Grund von vielen Ja, Videospielen wird von einigen genutzt Um der Realität zu entfliehen Von manchen auch mehr als gut ist Aber doch um Gottes Willen nicht von allen Und wenn ein Kind dann mal schlecht in der Schule ist Und erst um 3 Uhr morgens nach Hause kommt Dann sind das doch nicht unbedingt Videospiele Du Nase Was ist denn wenn das Kind Irgendwelche anderen Probleme zu Hause hat Mal ganz abgesehen von den Eltern Aber um Gottes Willen Das habe ich auch in meinem Kommentar geschrieben Ein Lehrer Wird sich doch niemals trauen Den Eltern zu sagen Leute, achtet mal mehr auf eure Kinder Dann sind es doch lieber die Videospiele Dann schließt man sich doch lieber den Eltern an Die Eltern sagen Oh, ja was soll ich denn machen Mein Kind das hockt da immer vorm Fernseher Also erst sind die Eltern nie zu Hause Aber das ist natürlich auch im Wandel der Zeit Aber dazu Gleich mehr Gleich mehr Hört sich irgendwie so eine Nachrichten Gedöns Trude Ähm Erst sind die Eltern nie zu Hause Dann sorgen sie dafür Dass das Kind Videospiele spielt Und dann nachher beschweren sie sich Dass das nicht funzt Also Man kann mir nicht erzählen Dass man als Elternteil nicht auch mal glücklich ist Wenn das Blach mal Ähm Ne Die Schnute zumacht Und dann lieber da eine Weile vorm Fernseher hockt Auch als Videospiele noch nicht so dolle waren Da haben meine Kindies doch bestimmt auch vor die Glotze gesetzt Ich glaube nicht, dass das überall immer so heiti-teiti war Und früher musste das Kind halt auf der Farm arbeiten Ja mein Gott, die Zeit ist halt vorbei Mein Vater reitet auch nicht mehr auf seinem edlen Ross zur Arbeit Das gibt es nicht mehr Das ist nämlich ein Wandel der Zeit, Freunde Wandel der Zeit Dinge passieren Ich überlege gerade was ich brauche um mir die Leiter zu bauen Muss ich das da auch noch für auseinander nehmen? Ich mache einfach mal Ähm Auf jeden Fall ein bisschen schwierig Und ich finde die Leute sind auch viel zu begrenzt in ihrer Sichtweise Gerade als Lehrer Sollte man doch erstmal die Kinder fragen Was da los geht Ich glaube nicht, dass er Dass er irgendein Irgendein äh Kind gefragt hat Oder irgendeinen Jugendlichen Ja, warum äh Läuft's denn im Moment nicht so Und der Jugendliche hat dann gesagt Ja, äh Ich äh Hab grad Road to Commander Und ich will lieber zocken Ganz im Ernst Da muss doch mehr Kommunikation stattfinden Wenn man Probleme hat Und die Kinder trauen sich manchmal natürlich nicht Zu den Lehrern zu gehen Warum auch? In erster Linie haben Kinder ja auch immer Oder Jugendliche eher Ein Feindbild vom Lehrer Ich glaube es ist auch verdammt schwer Als Lehrer Knorke rüber zu kommen Aber da muss man doch erstmal mit den Kinnis reden Und um Gottes Willen Nicht jedes Kind ist gleich Ist gleich so ein Spiele Fanatiker Macht nichts anderes mehr so wie ich Ähm Geht doch nicht Also so ein Teilweise Schwachsinn Ist echt Arg böse Arg, arg böse Und dann kommen noch so Spiele daher Wie dieses komische Hatred Spiel Was bald irgendwann rauskommt Indem es nur darum geht Leute Per Amoklauf umzubringen Der Typ hasst einfach alle Sieht natürlich aus wie ein Mettler Und äh Will ganz viele Leute umbringen Das ist ja super Dankeschön Liebes äh Komisches Team aus Ich weiß nicht wer es kam Polen, Österreich, Deutschland Dass ihr Leuten wie diesem Lehrer Noch mehr Material bietet Obwohl der Lehrer hat jetzt eigentlich Gar nichts von Killerspielen gesagt Sondern von Videospielen allgemein Dann kann das auch Weiß ich nicht Hello Kitty Rettet Pussy Island sein Wenn das Mädel da zu lange vorhockt Dann ist das nicht gut Ich weiß nicht ob man Ob man ihm als eher jünger war Oder generell eingebläutert Oh Gott Ach shit ich kann gar nicht so viel Auf einem Platz liegen haben Sonst macht das immer Stress Ob man ihm als eher kleiner war Irgendwie eingebläut hat Dass das nicht gut ist Mit den Videospielen Und deswegen muss er das jetzt Alles wiedergeben Also das Wichtigste ist Dass man sich immer Eine eigene Meinung bilden sollte Und deswegen finde ich auch Er hat teilweise recht In der Nummer auf jeden Fall Dass Eltern unbedingt Mehr Acht drauf geben sollten Da gibt es ja im Moment auch Das Problem Dass ähm YouTuber vielleicht gar keine Videospiele mehr auf YouTube Hochlagen können Die ab 16 oder ab 18 sind Weil da dann der Jugendschutz mitmacht Und ähm YouTube keine Abfrage hat Die Alterseinstufung Und dann hockst du da Und kannst deine Videos nicht mehr hochladen Weil deine Jugendschutz Nö, er sagt. Und so Kanäle, die darauf basieren, Spiele ab 18 oder ab 16 zu spielen. Wir spielen ja auch manchmal Spiele ab 18 oder 16. Die sind dann weg. Leute, die damit ihr Geld verdienen, kannst du vergessen. Und YouTube wird das nicht ändern. Warum? Deutschland sind ja die einzigen, die da wirklich so hart vorgehen. Und extra für Deutschland. Ich glaube, da wird sich YouTube nicht so einen Arsch aufreißen, damit das funzt. Was haben wir denn da? Roof? Ich hätte ganz gerne eigentlich mal eine Leiter. Hm, wie baue ich die denn? Also da kann jetzt erstmal, genau, da kann jetzt erstmal eine Wand hin. Oh, hoppla, das wollte ich nicht einpacken. Also es ist ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema. Und ich habe auch schon überlegt, was wohl auf YouTube los sein soll, wenn dieses Spiel rauskommt. Also dieses Hatred-Spiel jetzt, wo man wirklich einfach nur Leute umbringen muss. Und nicht mehr und nicht weniger. Ob das dann wohl überall gebannt wird? Ich meine, wenn dein Leid jetzt schon drauf und dran ist, vielleicht gebannt zu werden. Was ist denn dann damit? Und ob dann nicht die Eltern vielleicht voll auf die Barrikaden gehen, weil das Kind bei, was weiß ich, Saraz, obwohl ich glaube, die spielen sowas nicht. Ich glaube, die werden das sicher nicht spielen. Ähm, wenn die Eltern auf die Barrikaden gehen und dann auf einmal geht es erst richtig los. Ich glaube, das wird noch lustig. Das wird noch richtig funny. Und ich glaube auch, dass nicht wenig YouTuber sich dieses Spiel holen werden. Allein, weil sie wissen, oh ja, das zieht die Kinder es ganz bestimmt an. Und ich habe schon gesagt, ich glaube nicht, dass es mir bei diesem Spiel, dass es mir mit diesem Spiel gut gehen würde. Nachdem, was ich da bis jetzt gesehen habe. Ihr könnt es euch ja mal angucken. Es gibt schon Trailer. Hatred heißt das. Es wurde sogar mal bei Steam für einen kurzen Moment gebannt, weil es wirklich, ähm, ziemlich viele Leute anstößig fanden. Und dann kam es aber wieder zurück zu Steam und der Macher hat gesagt, es tut mir leid, äh, Steam ist nicht so für Zensur. Das Spiel ist wieder da. Tünnlüdü. Und jetzt gibt es das Spiel doch wieder da zu kaufen. Bald. Ähm, also das wird noch lustig. Das wird noch eine hörische Party geben. Und ich frage mich, wie ich gleich da hochkommen soll ohne meine Leiter. Wall. Ich glaube, ich hätte auch ganz gerne mal ein Fenster. Ist mir sonst ein bisschen sehr düster da drin. Na komm. Komm schon. Da. Ähm, was ist eigentlich mal mit... Oh. Brauche ich noch irgendwas? Ach, warte mal. Das da muss gleich... Ich muss gleich... Oh, no. Auch noch kaputt machen. Also das wird Hell of Right. Als ob das nicht immer schon eine Kontroverse war. Das Videospieler Amokläufe verursachen. Allein, um da nochmal richtig schön in der Wunde im Eiter rumzuquetschen. Müssen die jetzt dieses komische Spiel rausbringen, in dem man nur Leutchen umbringen muss. Einfach weil es ja toll ist, Leute umzubringen. Nicht wahr? Ne, da baue ich mir lieber mein Strandhaus oder erlebe gut gezählte, gut gezählte, gut erzählte Geschichten zusammen mit der heißen Lara. Wobei zu viel Sex, da gehen die, gehen die Amerikaner ja auch an die Decke. Mit Gewalt haben die eigentlich gar nicht so ein Problem, ne? Ich glaube, die Amis, die mögen Sex noch nicht so. Also, natürlich mögen sie Sex. Ich meine, why not, aber ich meine jetzt Sex auf der Leinwand. Denn keiner darf sehen, was die Menschen zu Hause in ihren Betten tun. Warum kann ich das nicht? Ist das, ist das, ist das ein Ernstspiel? Warum nicht? Warum kann... Hä? Ich soll jetzt hier draußen schlafen, obwohl ich da drinnen ein Bett hab. Na, tolle Wurst. Warum, warum das denn? Ich baue das Ding erstmal zu Ende. Vielleicht kommt das ja noch. vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kann ich das ja gleich drinnen bauen. Oder ihr wisst, wie es geht. Ich mach vorher noch nix. Ich warte noch. Und ich brauche sowieso noch ein paar von diesen Jukka-Dingern. Also muss ich noch einmal ganz kurz losziehen. Boah, liegt da viel Shit rum. Brauche ich vielleicht einen Stein, um mir eine Leiter zu machen. Good X, bad, nein, okay. Aber da liegen noch ganz viele von diesen Jukka-Dingern rum. Und das wächst wohl auch wieder nach, so wie es aussieht. Hier haben wir es nämlich gerade auch erst abgeholt. Hmm, da ist noch mehr. Ich nehme das mal alles mit. Aber was brauche ich da noch für eine Leiter? Da brauche ich einfach noch mehr oder brauche ich echt Steine, um die irgendwo zu befestigen? Ich sammle mal einfach alles, was wir hier noch so sammeln können. Und dann gucke ich, wie es funktioniert. Stein, du kommst auch mit. Oh, ach, ich dachte schon, ich dachte schon, da liegt irgendwas. Ist ja kurz aus wie Wall-E. Von Weipen sieht es aus wie, also nicht wie der Ball-Wall-E, sondern wie der Roboter-Wall-E. Wisst ihr? Der, der den ganzen Müll wegräumt und so. Der nebenbei gesagt, bis zur Hälfte echt ein guter Film war. Und dann, als die dicken Menschen kamen, wurde es ein bisschen schlechter. Schade eigentlich. Warum hustet der Mann oder die Frau denn die ganze Zeit? So, was haben wir denn da? Hä? Ach so. Vielleicht brauche ich da. Ach, das habe ich vorhin aber auch schon probiert. Support Wall, Foundation, Roof. Hm. Ich raff es nicht ganz, was mir hier fehlt. So. Wir brauchen noch ein Foundation in der Mitte. Glaube ich, damit das auch klappt. Oder? Ja, wir werden noch eins, nee, sogar noch mehrere brauchen, damit wir dann nachher das Dach draufsetzen können. Ähm, das reicht so. Und dann noch eine Wand. Auch wenn wir dann leider nicht rausgucken können. Na toll, die Wand geht nicht. Geht da vielleicht die Wand? Nein, die Wand geht auch nicht. Komm, Sticks, rücken wir ein bisschen jetzt zusammen. Wall. Wir werden sowieso noch einmal los müssen. Obwohl ich jetzt einmal noch ganz gerne gucken würde, wie denn so eine, wie es denn läuft mit dem Dach. Support von daher, ja toll, jetzt haben wir nicht mehr genug. Jetzt haben wir nicht mehr genug, oder was? Alles da hin, aber ich habe ja noch diese Sachen hier. Plöp, 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 Plöp und Plöp, 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 Viel Baumaterial gibt es ja gar nicht mehr, was man benutzen kann, ne? Wall, Foundation, Stap, Huuu, Hulalala, man braucht einfach nur verdammt viele Robes. Tada! Jetzt muss ich ja nicht immer hochhüpfen. So, jetzt haben wir das natürlich alles weggeworfen. Aber da oben liegen noch ein paar. Ich glaube, das wird nicht mehr fertig, die Hütte. Ich glaube, das wird nicht mehr fertig, na kommst du wohl her. Hm? Warum muss ich dieses Spiel jetzt etwa bis drei Uhr morgens spielen, damit ich nicht mehr rechtzeitig in die Schule gehen kann? Was willst du machen? Spiele sind halt mitreißend. Spiele sind das, aber der mitreißendste Medium überhaupt. Es ist einfach so, es ist so interaktiv. Ein Buch, das musst du lesen und hörst was über einen anderen Charakter. Im Fernsehen genauso, aber du bist eben nur der Zuschauer. Hier bist du der Creator, der Macher. Das ist doch genial. Ich meine, wer wird das nicht machen? Der ist doch nur Eifersucht, der Typ. Nur Eifersucht, reine Eifersucht. Ähm, warum kann ich eigentlich gerade gar keinen Deckel mehr bauen für unser Häuschen? Ich habe da genug Lashings. Ich habe da, ach, das fehlt noch. Natürlich, natürlich, natürlich. Dich brauchen wir noch. Haben wir schon alle Bäume eingesammelt von dieser Insel? Jetzt benutze ich einmal ganz kurz den Trick. So, da liegt es alles. Gut, aber es reicht ja. Achso. Ach, guck mal, die, guck mal, interessant, das Bett kann ich bauen ohne den Hammer. Foundation Roof Steps. So. Ta-ja. Das sieht nur dezent hässlich aus. Sticks. Ah, das war ein Steps. Okay. Damit hätten wir das erstmal. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich nicht weitermachen können. Nicht wegen den, nicht wegen den Sticks, sondern weil uns die Bäume fehlen. beziehungsweise die Blätter fehlen uns und damit wir da drankommen müssen wir auf eine Reise gehen, Leute. Aber Reisen gefallen sowieso ein bisschen mehr als nur hier rumzubauen, mir persönlich jedenfalls, weil man immer wieder Chancen hat, Volley zu finden, Geheimnisse. Was ist denn los hier? Oh, oh Scheiße. Ähm, Wasser, 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 Wasser. So, wie sieht's aus? Oh, das mit dem Wasser geht aber immer fix, ne? Und noch schnell was zu mampfen. Das können wir noch eben mit unserer Machede in dieser Folge machen. Und da mach ich auch schon eine kleine Aufnahme-Pause. Es ist ein schweres Thema. Eigentlich, eigentlich schon fast so schwer. Also im, im Philosophiestudium lernt man, oh, Sonne. Im Philosophiestudium lernt man ähm, verschiedene Arten von Philosophen und es gibt eben auch die Skeptiker und die richtigen Hardcore-Skeptiker, die würden zu einer Diskussion einfach sagen, nö, da diskutier ich gar nicht äh, weiter. Weil sowieso, man kann sowieso an nichts glauben. Es gibt keine Beweise, es gibt kein Nichts, es gibt kein gar Nichts. Ähm, also, was ist es da noch wert, dass man drüber redet? Ich weiß nicht, warum ich jetzt so abgeschweift bin. Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn mit diesem Thema. Egal. Ähm, und ich finde, es ist ein so schwieriges Thema. Besonders, wenn Menschen teilweise Recht haben. Aber das Wichtigste ist eben, ähm, dass man nicht nur reine, reine Meinung übernimmt, sondern dass man immer versucht, sich seine eigene Meinung darzustellen. Ich habe dieses, äh, seine eigene Meinung zu bilden. Ich habe dieses Video ja auch auf YouTube gesehen. Ähm, beziehungsweise einen Bericht darüber und da hat jemand dann seine Meinung dargestellt. Dann habe ich mir das Video nochmal angeguckt und habe mir dann selber nochmal eine Meinung gemacht und ich finde, der Typ hat zwar Recht, aber der Typ drückt sich einfach verdammt dämlich aus. Denn so wie er da dargestellt ist, vielleicht hat er es auch gar nicht so gesagt. Wer weiß, vielleicht hat er noch viel mehr gesagt und das wird rausgeschnitten. Keine Ahnung. Aber so wie er sich ausdrückt, kommt er einfach nur rüber, wie jemand, der ein bisschen ignorant ist, wie jemand, der sich nicht sonderlich mit dem Medium beschäftigt hat, wie jemand, der versucht, eine einfache Antwort auf eine verdammt schwierige Frage zu finden und dem die einfachste Antwort im Moment erschien. Puh, Videospiele. Höh, Klappmesser, Drogen, bekiffte Kinder, Gewalt, scheißegal, Videospiele. Videospiele ist ein größeres Problem als, 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 äh, all der Rest. Also was Schwachsinniges. Irgendwo, ich fand sogar in dem Moment, auch wenn andere sagen, das wäre zu überzogen. Ich fand, seine Antwort hat die Frage ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Wenn dich jemand fragt, was findest du denn schlimmer momentan, ähm, an der Situation, an Schulen, dass so viele Kinder Waffen mitbringen oder dass viele Kinder einen, äh, unter einem besonders großen Drogeneinfluss stehen oder er sagt dann, nein, das ist nicht schlimm. Ich finde Videospiele viel schlimmer. Bei Videospielen, da sitzt du zu Hause vor deinem Bildschirm alleine, was vielleicht nicht der sozialste Umgang ist, obwohl das auch wieder eine andere Sache ist, weil auch Videospiele können sehr sozial sein. Da sitzt du zu Hause allein vor deinem Bildschirm, löst Rätsel, du kannst auch Leute abknallen, ähm, liest Geschichten, erlebst Geschichten, läufst durch die Gegend, entdeckst neue Welten, baust dir was, aber wenn du mit einem Klappmesser in die Schule gehst, ich glaube, dann hast du, äh, nicht nur vor, was zu bauen. Ich hab hier ein Klappmesser, um Kokosnuss auseinanderzubauen. Der Junge, der ein Klappmesser mit in die Schule nimmt, äh, der will dich auseinanderbauen. Also, das ist nochmal was anderes. Und damit zieht er doch diese ganze Frage ein bisschen ins Lächerliche. Also, das fand ich schon ein bisschen doof. Und das dann von einem Lehrer, von dem man eigentlich denken müsste, okay, so ein Mensch steht jetzt vor den Kindern und will den Kindern jetzt die Welt erklären. Und dann kommt er mit so einem Shit daher. Und die Eltern, die sich das angucken, von denen viele gar keine Ahnung haben von diesem Medium. Also, es gibt natürlich Eltern, die sind da total dufte drin, äh, die spielen auch Videospiele. Mein Onkel hat zum Beispiel Bioshock gespielt, was ich echt cool fand. Ähm, aber der fand auch die Geschichte cool und hat es deswegen gespielt. Aber manche Eltern, die denken eben auch, okay, Videospiele, neues Medium, äh, da halten wir uns lieber mal von fern und äh, das ist böse. Wie es offensichtlich auch verdammt viele Eltern in Amerika machen. Dass sie da Waffen, äh, zu Hause im Wandschrank haben, nö, das ist ja normal. Da können wir nichts gegen tun. Aber die Videospiele, ha, die verbannen wir jetzt. Die müssen weg. Also, naja, schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, ich muss jetzt sowieso eine Aufnahmenpause machen, weil man die Folge schon wenn die 21 Minuten, äh, lang ist. Deswegen gucke ich jetzt, nein, ich gucke jetzt auf diese Box und sage, because why not? because why not? Auf die Box gucken und sage bis dann. Und zur nächsten Folge werden wir ein bisschen weniger faseln und uns wieder auf den Weg machen auf einer abenteuerlichen Reise. Bis denn, Mönchen. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata La, 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 la La Casa del Merengue La, 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 la Y La Casa de la Bachata Oh yeah, oh yeah, that's right au revoir jetzt es n un our Untertitelung des ZDF für funk, 2017